Ina Seidel, der Pflüger, mit wuchtigen Knien von Krähen umschrien, im Dunst seiner Pferde die Fäuste am Sterz. Samt Pflugschar und Rossen, selbst Boden entquollen, stampft er jetzt die Schollen und zwingt in die Erde sein reißendes Erz. Die Brache umbrechen heißt Kräfte lossprechen, die Erde braucht Hände zu lösen ihr Herz, Mann, Pflugschar und Rosse. Von Erde genommen, zur Erde gekommen, Gestalt aus Gelände im dampfenden März.